Musik Der Sommer ist da. Jetzt fehlt nur noch der Platz, um ihn so richtig zu genießen. Wo Göttinger Studenten das am liebsten tun, haben wir für euch nachgefragt, damit euer Sommer in Göttingen unvergesslich wird. Also was ist denn euer Lieblingsort im Sommer in Göttingen? Also abends auf jeden Fall am Willi, weil da sind einfach alle Leute und es ist schön und erfrischend und man kann sich über den richtig heißen Tag freuen und dann noch ein bisschen abchillen. Also mein Lieblingsort entgegen ist die Plässe, weil man von dort aus einen schönen Blick hat über Göttingen, abends kommen wir den Sonntag anschauen, kann man ein Picnick machen, man trifft nette Leute und es ist einfach ein schönes Feeling dort. Was ist dein Lieblingsort in Göttingen im Sommer? Also im Sommer würde ich gerne in Rosarium gehen, das ist hinter Kaufland. Und es ist wirklich schön, wenn es heiß ist. Es ist voll von Rosen, die riechen wirklich wunderschönlich in dem, was ich heute gerne mag. Und ja, es ist ein sehr schönes Ort, um mit Freunden zu gehen, etwas Wein zu haben, auch für einen romantischen Tag. Perfekt. Okay, danke. Also es gibt viele Orte, die mir richtig gut gefallen, aber im Sommer würde ich auf jeden Fall sagen die Schillerwiesen. Also mein Lieblingsort ist eigentlich bei den Schillerwiesen, da kann man immer schön entspannt chillen und ja, macht auf jeden Fall Spaß. Ein paar Bierchen und dann läuft es. Weil es einfach eine Grünfläche ist, wo man schnell hinkommen kann. Also man kommt hier zwar überall schnell hin, auch schnell ins Grüne, aber einfach, ja, man kann da gut rumsitzen, grillen, irgendwas trinken und für den Sommer ist es perfekt. Ich bin auch ziemlich gerne im Botanischen Garten mal so zum Spazieren oder so, je nachdem wie heiß es denn wirklich ist. Wirkliche grünen Orte, Botanische Garten, schnell sowas. Oder auch vielleicht die Terrasse beim Café Botanik, unter den Bäumen, am Wall, ein bisschen noch auf die Straßen schauen, ein bisschen da sitzen, Schatten, ein bisschen Sonne, sehr angenehm. Also mein Lieblingsort ist ehrlich gesagt hier der Campus. Ich würde sagen, oben am Fit, vielleicht jeden Mittwoch, das ist immer ganz cool, wenn da die Uni-Liga ist, da kann man ganz gut chillen, ja. Auf jeden Fall hier hinten, hinterm Juridikum. Es ist schattig, man kann sich, wenn man Lust hat, auch in die Sonne legen und hat hier relativ viel Ruhe auf jeden Fall. Hier sieht man seine Leute, hier trifft man seine besten Freunde und hier kann man quatschen, Leute sehen und deswegen ist eigentlich der Campus so, mein Lieblingsort. Für mich der Innenhof im Theologikum, also schöne Atmosphäre, nette Leute, kühle Getränke, Eis, Eiskaffee, sehr schön. Ja, also zu meinen Lieblingsorten gehört natürlich die Leine. Ja, ich brauche auf jeden Fall Wasser, ich bin gerne an den Kiesteichen, im Freibad. Ich würde sagen, der Baggersee in Rostdorf seit diesem Semester. Zum Baden finde ich auf jeden Fall gut, Baggersee Rostdorf. Da sind viele Studenten, kann man nebenbei baden gehen und grillen und das ist halt ganz cool. Ich sitze auch gerne am Leineufer, esse dort ein leckeres Eis, sitze dort mit Freunden und am Kiesteich ist es auch immer schön. Mit einer meiner Lieblingsorte ist das Naturbad in Krone. Okay, wieso genau das? Weil das Wasser dort nicht geklort ist und meistens ganz lockere Stimmung dort ist und man immer noch einen Platz im Schatten kriegt, was in einem anderen Schwimmbad nicht immer so ist. Und als Geheimtipp, Nikolausberger Freibad kann ich jedem empfehlen, die Anreise lohnt sich. Okay, danke schön, dann ab ins Wasser. Das war's schon? Das war's. Super, alles klar, Peace out. Das war's gut.